Herzlich willkommen live von der DGCZ Vorstandssitzung, die wir heute in München hier abgehalten haben, auch um zu eruieren, ob unser Heeresziel, den CEREC Masterkurs dieses Jahr tatsächlich als Präsenzveranstaltung durchzuführen, zu eruieren. Wir waren im Hotel, wir haben die Lokalitäten angeschaut, um zu schauen, ist es möglich, dieses Familientreffen mit dem speziellen Charakter unter Corona-Bedingungen, Inzidenz unter 100, Mindestabstände 1,50 Meter, für Sie realisieren zu können und wir hoffen bis zum 20. Mai deutlich, deutlich mehr Informationen durch diese Faktoren zu haben, die wir nicht beeinflussen können. Jan, du warst mit dabei. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht genau darum, Risiken abzuwägen, aber gleichzeitig Chancen zu erkennen, Möglichkeiten zu eruieren, um dann ja auch sicher den Masterkurs stattfinden zu lassen und wir müssen einfach abwarten, wie sich jetzt die Pandemiebedingungen weiterentwickeln und dann werden wir die Entscheidung treffen, ob wir uns dann hoffentlich hier im Juni gemeinsam sehen. Ich würde mich sehr freuen, Sie hier wiederzusehen. Ich glaube, wir alle würden uns sehr freuen, Sie hier zu sehen und ja, bis dahin, alles Gute! Daher, bis dahin, alles Gute! Wie ist das denn? Vielen Dank.